Willkommen zurück hier bei Let's Play GTA Vice City. Ich wollte schon gerade sagen GTA 5, das ist es nicht. Ja, in der letzten Folge hatten wir so eine ganz, ganz komische Mission, die ich irgendwie verkackt habe, weil die echt scheiße war. Ich bin echt mal gespannt, ob wir das jetzt hinbekommen. Wir haben wieder minimal Geld, also wir könnten uns zumindest ein bisschen was leisten an Waffen. Aber so wirklich was krasses jetzt auch leider nicht. Ja, wir gucken einfach mal, ist hier jetzt gerade, naja, 163 Dollar ist jetzt auch nicht die Welt, wie die alle solche Hemden anhaben. Das ist irgendwie ziemlich lustig. Ja, ich würde sagen, wir versuchen es einfach direkt nochmal. Boah, jedes Mal hier die Radiosender durchzuschalten, das ist so nervig. Ich habe schon versucht, das Ganze in den Einstellungen zu deaktivieren, dass halt immer keine Musik kommt, aber irgendwie kann ich diesen Bereich einfach nicht ansteuern. Es ist super verrückt, also das Spiel läuft. Ich bin froh, dass es läuft, sagen wir es mal so. Und dass sich auch bisher alles abgespeichert hat, das hat mich irgendwie auch ein bisschen gewundert, aber okay. Ja, ich habe auch letztens so wieder darüber nachgedacht, wie ich früher so auch GTA San Andreas gespielt habe. Und manchmal denke ich mir so, das wäre eigentlich auch mal ganz lustig, das mal wieder zu spielen nach... Danke für nichts. So vielen Jahren, aber ich muss hier sowieso abbiegen, von daher... Danke dafür. Wie praktisch, dass er mir genau da reinfährt. Ich muss doch eigentlich erst Munition kaufen. Wir kaufen erst Munition, ja doch. Also muss ich hier eigentlich doch nicht rein. Ich brauche zumindest Munition, sodass ich... sodass ich halt wenigstens aus der Seite rausschießen kann, oder? Brauche ich die? Wir probieren es einfach mal ohne. Komm, scheiß drauf. Nervt mich nicht. Oh, das Auto bricht aus. Naja gut, konnten wir gerade noch so ein bisschen einfangen. So. Gut. Let's go. Versuche das mal direkt wieder wegzuklicken. Denn wir bekommen ja gleich eine Waffe. Von daher, warum sollte ich jetzt eine kaufen? Ich muss die ja jetzt noch nicht umbringen, von daher... Hm, alles gut. Kann ich so eine werfen? Anscheinend nicht. Nö. Da passiert gar nichts. Dann würde ich da auch erst mal wieder so frontal drauffahren einfach. Und ich hoffe mal, dass das Ganze nicht wieder am Arsch der Welt landet. Ja, ich bin ein evil man. Danke für die... Danke für den Hinweis. So, tschüss. Jetzt der andere. Oh Gott, sie verfolgen mich. Sie verfolgen mich, sie verfolgen mich. Wie ungünstig. Ähm. Mensch, was ist da denn gerade passiert? Ich verstehe es nicht. Ähm. Die fahren auch schon direkt vor mir weg. Würde ich an deren Stelle auch tun. Ich hätte auch direkt Angst. Okay. Ich muss hier jetzt gerade mal so ein bisschen... So ein bisschen, äh... Ja, einfach nur so ein bisschen die Leute platt fahren, damit die mich jetzt nicht abfacken. Oh, shit. Die haben auch noch alle halbwegs gute Waffen. Mensch, könnte ich die nur mitnehmen? Okay, der hatte das ganz krasse Ding, ne? Scheiße, mein Auto. Au. Oh, shit. Oh, shit. Die... Okay. Ähm. Wieso habe ich jetzt zwei Sterne? Das ist doch nicht fair. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Und direkt sind die Straßen noch einfach komplett leer. So, keine Sau ist mehr da. Der ich ein Auto klauen kann. Danke für nichts. Dann klaue ich jetzt einfach einen Krankenwagen, ganz ehrlich. Oder? Oder doch lieber die Limo. Ich glaube, ich nehme doch lieber die Limo. Die ist ein bisschen schneller. Ich meine, es ist jetzt sowieso keiner mehr auf der Straße unterwegs. Nur noch Fußgänger, die komisch laufen. So, dann muss ich kurz was trinken. So. Und, ähm... Ups. Dann schauen wir jetzt mal, wo die letzten Typen so sind. Ups. Ups. Mensch, wie ist das nur passiert? Das war ein Unfall. Ein bedauerlicher Unfall. Möchte ich nur mal kurz anmerken. So. Da sind die Dudes. Okay, ich muss mal eben kurz einmal kurz wegfahren. Weil gerade auch die anderen Typen kommen. Ups. Okay, er ist schon mal abgestiegen von der Karre. Das ist ganz praktisch. Oh, oh. Oh, oh. Immerhin hänge ich dieses manchmal an irgendeinem Schild fest. Ja, hat der den anderen angesteckt? Ah, die stecken sich gerade gegenseitig mit dem Feuern. Das ist eigentlich ganz nice. Okay, jetzt wende ich einmal. Perfekt. Hier vorne ist doch Pain Spray, oder? Wenn der mich jetzt gerade eh verfolgt. Ich hoffe nur, der fährt da nicht auch rein. Oh, damn. Okay. Ja, die Mission ist eigentlich gar nicht so schwer. Es war beim letzten Mal nur einfach ungünstig. Oh, shit. Wir werden alle sterben. Okay, ich habe es überlebt. Die anderen wohl eher nicht. Oh, damn. Ich habe damit nichts zu tun. Lasst mich in Ruhe. Oh, man. That escalated quickly. Ich glaube, ich renne mal ganz kurz zum Autohaus. Ist das nicht hier in der Nähe? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Bin ich hier richtig? Nee. So gar nicht. Okay. Ja, was mache ich jetzt? Ich muss ein Auto klauen. Ein Polizeiauto ist nicht so nice, ne? Oh, damn. Ich sehe mich doch schon wieder sterben. Ich renne jetzt einfach zu Fuß nach Starfish Island. Oh Gott, ein Polizist. Auf den habe ich gerade nicht so Bock. Aus dem Weg. Oh Gott, wieso verfolgen die mich auch noch? Wie unhöflich. Ich versuche mich einfach mal eben kurz bei mir im Haus umzuziehen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich meine, das bringt was. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Aber ja, irgendwann muss ich echt mal GTA San Andreas nochmal spielen. Irgendwie so. Also, das habe ich auch schon ultra lange nicht mehr gespielt. Bestimmt irgendwie so. Weiß ich nicht. Bestimmt auch schon sieben, acht Jahre oder so. Biere auf jeden Fall auch ziemlich lustig, denke ich. Nach so vielen Jahren. So, hier kann ich mich doch umziehen. Bringt das was? Okay. Okay. war ja überhaupt nicht creepy ja man habe ich jetzt ein paar fans die waffen bekommen gut dann nehme ich erstmal wieder die gute karre und jetzt ist es aus und dann fahren wir direkt wieder zu viel denke ich ursprünglich war ja auch mein plan gewesen dass ich das eigentlich eher so mache dass ich immer abwechselnd das ganze mache also mal zum beispiel jetzt zu viel fahr oder mal zum filmstudio aber das filmstudio ist ja wieder das ist ein komplett neues kapitel deswegen würde ich da jetzt noch nicht mit missionen anfangen macht noch nicht so wirklich sinn hier sind alle immer noch mad auf mich ein little haiti das stimmt hier haben wir doch diese eine fabrik in die luft gejagten scheiße immerhin bin ich hier richtig das ist schon mal gut und alles steht noch halbwegs hey phil how's it going hey hey how you doing this been too long i swear you should lay off that boom shine man smells like paint stripper just make my eyes burn shh 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 ah shit out of day of day jr play the way over here don't you worry about jill you just watch this shitty sheep passer shh 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 OY h colonel voyd she wacht zieh daddy like a see ge ja fan Bitte, was? Oh Gott. Oh Gott. Ist das euer Ernst? Ich erinnere mich an diese Mission. Sie ist absolut furchtbar. Ich hasse sie jetzt schon. Ja, fühlt sich so an. Also, das Handling ist gerade absolut beschissen. Ich fahre jetzt einfach mal kurz in den Gegenpark her. Ja, fahr mir auch noch rein, du dummer Idiot. Bleib doch einfach auf deiner gottverdammten Dreckspur. Meine Güte, ey. Okay, hier ist auch schon das Krankenhaus. Das war jetzt gar nicht so weit weg. Wo ist der? Darf ich das erfahren? Ja, jetzt nimmt er wieder die Maus-Dings nicht. Ähm. Okay, einfach hier rein. Ach, du Kacke. Uff, er hat sich einfach den Arm abgefetzt. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ach, du Kacke. Das habe ich noch nie gesehen. Okay. Zu kaufen. Ja gut, ich dachte, ich würde die umsonst bekommen. Dann hätte ich vielleicht mitgemacht. Aber ansonsten wohl eher nicht. So, na gut. Hier haben wir doch mal Missionen gemacht, oder? Bezweifle, dass die jetzt noch was mit uns zu tun haben wollen. Die sind bestimmt... Obwohl, das sind die Hawaiianer. Nee, das sind auch nicht Haitianer. Das sind die Kubaner, genau. Die waren gar nicht so sauer auf uns, glaube ich. Sondern nur so ein bisschen. Ähm. Ich überlege gerade. Gibt es noch irgendwas? Wir könnten hier mal eben schnell die Druckerei... Nee, wir könnten sie nicht kaufen. Wir sind pleite. Hm. Okay. Dümdüm. Das wird wohl nix. Ähm. Hm. Ich würde sagen, wir cashen mal kurz beim Autohaus ab. Und dann... Ähm. Ja, dann machen wir einfach ein paar Missionen bei dieser Eisdiele. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ist bestimmt ganz lustig. So. Tommy, es ist Phil. Ich möchte Ihnen bedanken, dass Sie mich nach hinten helfen können, Junge. Verdammt, Charlie. Sie werden immer wieder irgendwo oder anderen angestiegen. In any way, die Wundung ist gut geholfen. Und das bedeutet, dass ich nicht länger die Regierung verabreden werde. Auf meine Krankheit. Ja, äh, meine Maus wird gerade nicht mehr genommen. Okay, jetzt geht's wieder. Okay. Äh, es ist immer so weird in dem Spiel. Wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen... Wir nehmen dieses Auto. Das hatten wir noch nie. So. Okay, das ist relativ schnell. Ähm. Okay, that escalated quickly. Ja, wir machen das jetzt einfach so, weil die Folge ist gerade meist bei 15 Minuten. Wir haben noch 5 Minuten oder so. Dann können wir halt noch locker ein paar Missionen hiervon machen. Rausgesetzt, ich krieg das hin. Okay. Ich hab auf Tab gedrückt. Oder musste ich Umschalt drücken? Ja. Ihr hört schon, die Musik ist wunderbar. Aber irgendwie auch lustig. Hallo, wollen Sie Drogen kaufen? Irgendjemand hier? Er möchte keiner Drogen kaufen, glaube ich. Ich stell mich jetzt einfach mal hin. Okay, er möchte doch Drogen kaufen. Will er auch Drogen kaufen? Oh, die wollen alle Drogen kaufen. Verrückt. Hallo, Ladies. Oh, die wollen alle Drogen kaufen. Wie lustig. Oh, wir haben schon einen Stern von der Polizei. Ich frage mich, wieso die Polizei deswegen misstrauisch werden sollte. Okay, der Stern ist jetzt auch schon weg. Stimmt, kommen gleich irgendwie so 10 zurück. Ja, sage ich ja. Einer kommt auf jeden Fall zurück. Oh, damn. Okay, ich halte hier jetzt nochmal so ganz provokant neben denen hier allen an. Wie lustig einfach. Es ist so stumpf. Und der Kran da oben bewegt sich ja wirklich. In dieser Gegend sind keine Kunden, okay. Ich müsste damit eigentlich mal zum Strand fahren. Ich wette, die wollen alle was kaufen. Okay, wir haben wieder einen Stern bekommen. Möchte jemand von Ihnen Drogen kaufen? Ja, sogar zwei. Oh, damn. Ist das stumpf. Hier sind keine Kunden mehr. Den müsste ich jetzt eigentlich überfahren und mir das Zeug wiederholen. Das wäre schon sehr ironisch. Es wäre aber tatsächlich noch ironischer, als einfach ganz dreist am Flughafen zu versuchen. Ich bin kurz davor, es zu tun. Oh, damn. Ich stehe hier einfach auf der Gegenfahrbahn. Es ist so stumpf. Ich kann mal weiter. Möchten Sie was kaufen? Er wirkt wie ein interessierter Kunde. Anscheinend nicht. Nur die Lady. Okay, wir haben jetzt 20. Komm, wir hören auf. Wie viel kriegen wir dafür? 20 Deals. Ja, wir haben dafür auf jeden Fall Geld bekommen. Jetzt brauchen wir nur noch ein anderes Auto. Weil den möchte ich jetzt erstmal nicht mehr mitnehmen. Tschüss. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle beenden wir die Folge. Über eine Bewertung im Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Das war jetzt alles ein bisschen random. Aber es war auch eigentlich ganz lustig, oder? Hier ist ein Paint Spray. Wo denn? Den habe ich noch nie gesehen. Wo? Ah, hier links. Okay. Boah, keine Ahnung, ob ich den schon mal gesehen habe. Ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir einfach mal, was hier noch so in der Stadt geht. Und vor allem, was es beim Filmstudio so gibt. Ich glaube, das wird tatsächlich interessant. Sorry, der musste sein. Ja. Bis dahin.